Good morning in the morning und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und freue mich, dass du hergefunden hast. Heute wollte ich eigentlich, eigentlich, jawohl, schon wieder eigentlich, meine Bücher zurück in die Schule bringen und dann in den Filmpark Babelsberg fahren. Aber mein Schnuggi hat gesagt, hey komm, ich will mit und der ist heute noch nicht da und deswegen machen wir das wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag mal schauen. Je nachdem, wie das Wetter wird und je nachdem, wie es uns besser passt. Also heute wieder nix mit Filmpark Babelsberg. Aber ich werde gleich meine Reifen wechseln fahren. Ja, das habe ich immer noch nicht gemacht, aber mein Auto stand den letzten Monat auch so gut wie nur. Von daher ist das jetzt nicht so tragisch. Dann werde ich euch zeigen, da ihr gefragt habt, hey, kannst du uns nicht mal zum Fotografieren mitnehmen und zeigen, wie das funktioniert? Ja, mache ich. Ich nehme euch mit, erkläre euch jetzt erstmal gleich so ein bisschen die Grundregeln der Kamera, die Grundregeln der Fotografie, welche Faktoren spielen da rein, welche Einstellungsmöglichkeiten habt ihr. Und ich würde sagen, fangen wir doch einfach damit an. So, wir haben jetzt hier meine wunderschöne Canon EOS 80D. Ich liebe diese Kamera und ich würde euch jetzt einfach mal ganz kurz die Grundregeln der Fotografie erklären. Also wir stellen die Kamera nach drei Dingen ein. Das ist einmal die Verschlusszeit, also quasi der Shutter, wurde das auch genannt. Und dann nach der Blende. Mit der Blende stellen wir ein, wie unscharf der Hintergrund zum Beispiel sein soll oder wie scharf der Hintergrund sein soll. Und mit dem ISO. Der ISO, der tut das Bild nochmal digital aufhellen. Aber wenn ihr den ISO zu hoch stellt, kann das Bild anfangen zu rauschen. Tschüss. Ja, das sind so die Grundsachen, nach denen ihr die Kamera einstellt. Also das ist auch irgendwie so eine Gefühlssache. Und das kommt halt alles irgendwie irgendwann von alleine, wie ihr das richtig einstellt. So, ich würde sagen, ich zeige euch das mal. Wir haben hier unten die Anzeigen. Das ist einmal die Verschlusszeit. Das ist gerade eine dreißigstel Sekunde. Also das ist schon ziemlich niedrig. Also für eine dreißigstel Sekunde müsste ich mir jetzt schon ein Stativ holen. Weil, das ist zu lange. Also das Bild wird dann verschwommen. Das ist die Blende. Und hier drüben ist der ISO. Da sind wir gerade auf 8000. Das ist auch sehr hoch. Aber umso kleiner ich die Blende schraube, umso unschärfer wird der Hintergrund. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Nebeneffekt. Ich glaube, ich kann mir das auch anzeigen lassen, wie das Bild belichtet ist. Das Kästchen verrät euch, ob ihr überbelichtet seid oder nicht. Wenn das Weiße hier an der linken Seite ist, heißt es, es ist unterbelichtet. Wenn das Weiße auf der rechten Seite ist, heißt es, es ist überbelichtet. Ich zeige euch das mal. Also jetzt wäre es ungefähr perfekt belichtet. So, also was machen wir jetzt mit der Blume? Ich gehe mit der Blende so weit runter wie möglich. 3,5 haben wir schon. Dann haben wir die Verschlusszeit nur auf eine 25. Sekunde. Das heißt, ich müsste ein Stativ holen. Das heißt wiederum, ich schraube den ISO jetzt noch ein bisschen hoch. Machen wir mal 400. Mal gucken, was dann für eine Zahl steht. Jetzt haben wir eine 60. Sekunde. Das heißt, jetzt kann ich fotografieren. Wir haben die Kamera jetzt eingestellt, darauf, dass der Hintergrund unscharf ist. Oh, jetzt sind wir wieder bei einer 40. Machen wir mal 500. Wir haben die Kamera jetzt darauf eingestellt, dass der Hintergrund unscharf wird und wir aus der Hand fotografieren können. Ich möchte das so. Hintergrund schön unscharf. Das liegt an der kleinen Blende. Umso größer die Blende wird, die Zahl von der Blende, umso schärfer wird auch der Hintergrund. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es muss alles ausgeglichen werden. Es tut mir leid, ich bin einfach so schlecht im Erklären. Es ist wirklich irgendwann, wenn du fotografierst, einfach nur noch eine Gefühlssache. Also wie du die Kamera einstellst. Und irgendwann kommt das halt von alleine. Also man macht nicht, weil man die Daten im Kopf hat. Man stellt nicht ein, wenn man die Daten im Kopf hat, sondern man stellt ein nach Gefühl. Und deswegen ist es auch so schwer zu erklären für mich. Außerdem kann, wie gesagt, ich kann nicht gut erklären. So, ich würde sagen, ich habe heute noch was vor. Ich zeige euch heute, wie ich fotografiere. Und ich habe auch schon ein Motiv. Wir haben einen kleinen Teich. Da sind Gänse und die haben Nachwuchs. Und mal gucken, ob ich dann das eine oder andere coole Bild hinkriege. Das heißt, ich mache jetzt erstmal meinen Rucksack fertig. Da kommt natürlich die Kamera rein. So. Dann könnte ich heute eventuell brauchen das große Stativ. Äh, Stativ. Ich sage schon wieder Stativ. Das große Objektiv. Dann könnte ich brauchen das Makroobjektiv. Das wird schon kritisch hier. Das wird schon kritisch. Der Rucksack ist schon fast zu klein. Also, das große Objektiv. Das Makroobjektiv. Und das war es eigentlich erstmal. Oh mein Gott, am Anfang dachte ich, der Rucksack ist voll groß. Und jetzt stelle ich fest, der Rucksack ist viel zu klein. Ich kriege noch nicht mal alles rein. So, ein Mist. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal los. Oh mein Gott. Das Wetter richtig bomb war. Also, es wäre richtig genial gewesen, heute Tatsache in den Filmpark zu fahren. Aber es muss nochmal verschoben werden. Ich habe hier gerade schon recht viele Blumen gefunden. Das heißt, da könnte ich mein Makroobjektiv mal testen. Und ich nehme euch dafür mit. Was haben wir denn hier? Ein Teich. Sind die Frösche da? Heute sitzen die nicht auf ihrem Platz. Nö, ich sehe keinen. Was haben wir für Makro? Hier hinten ist es, glaube ich, eine Sumpfdotterblume. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist eigentlich ganz cool. Die ist eigentlich ganz cool, wenn zum Beispiel bei der App die Kategorie gelb kommt oder so. Ist das perfekt. Da ist auch ein Tier. Die Kamera nimmt das gar nicht. So, Makroobjektiv ist da. Also, ein paar Bilder habe ich jetzt schon gemacht. Das hier ist das Makroobjektiv. Ich liebe es. Da ist sogar eine Fliege drin. Und der Frosch. Das ist unglaublich. Ich halte mal mein Fingernadel dazwischen. So klein sind die. Mal gucken, was ich hier mit dem Makroobjektiv rausholen kann. Katzfeld. Gucken, was hier ist. Oh, Mohnblumen. Hier sind schon Mohnblumen. Das ist cool. Die blauen fehlen mir noch. Hier. Die wachsen gerade. Die sind ja auch toll. Oh my gosh. Schauen, was hier so geht. Okay, das Problem daran war jetzt einfach, dass das Feld nicht stillgehalten hat. Es war ziemlich windig. Und das heißt, die Blume ging hin und her. Und das war ein bisschen schwierig. Ich gucke dann mal, ob ich die einmal ganz gut getroffen habe. Jetzt habe ich schon das nächste gefunden für mein Makroobjektiv. Passt mal auf. Tada. Mal gucken, was ich da rausholen kann. So, Bilder anschauen. Makro. Makro. Das ist nicht so cool. Oh, es spiegelt auch. Das passt ganz gut. Hier gehen die Mohnbilder los. Also der ist wirklich im Wind hin und her geflogen, der Mohn. Das war echt schwierig. Aber trotzdem sind dann ein paar coole Bilder geworden. Und das ist der Raps. Das sind die kleinen Blümchen hier vorne. Die sind auch cool. Die sind echt gut geworden. Oh ja. Love it. Wenn man überlegt, dass diese Blümchen nicht größer als mein Fingernagel sind, ist das echt krass. Pinky, lässt du mich durch? Die sind ein bisschen böse. Darf ich durch? Das ist nett von dir. Na du? Also warm ist heute nicht. In der Sonne ist zwar angenehm, aber der Wind ist ganz schön kühl. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt im Gegensatz zu gestern. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Ich hoffe es heute echt wieder gut. Ich habe jetzt das große Objektiv drauf gemacht. Vielleicht mal gucken, ob die Gänse da sind. Da drüben sind die heute. Jetzt kommen sie ins Wasser. Kommen die hier rüber? Das wäre ja cool, wenn die hier rüber kommen. Das wäre krass. Ein bisschen Pech habe ich ja schon. Sonst sind die immer genau auf der Seite, wo ich hier gerade sitze. Heute nicht. Ich bin einmal rundum gelaufen und eins steht fest. Wenn ihr mich gleich rennen seht, dann ist es, weil der Erpel, der Genscher, mir hinterher rennt. Na toll, ich komme und was machen die? Hauen ab. Klasse. Und die Babys sind da hinten. Chillt. Ich glaube, der mag mich nicht. Ein Stück muss ich noch. Ein Stück muss ich noch. Schön langsam. Die hauen nämlich schon wieder ab. Und passen auf. Also ein Stück komme ich ja auch mit dem Objektiv ran. Aber mal gucken, ob das schon reicht. Wieder zu Hause angekommen. Und die Bilder sind jetzt heute noch rausgekommen. Sieht jetzt natürlich durch den Bildschirm wieder nicht ganz so toll aus. Das ist heute dabei rausgekommen. Die sind natürlich noch nicht bearbeitet. Die Enden, ich kam ein Stück ran, aber nicht so, wie ich wollte. Da bräuchte ich noch ein größeres Objektiv. Die ist ganz gut getroffen. Das ist auch cool. Auch nicht schlecht. Die eine meckert. Da hauen sie schon ab. Und weg sind sie. Hier, die sind mit Babys. Eigentlich ganz niedlich. Das ist schön. Da sind sie alle drauf. Entenfamilie. Gänse. Gänse sind Gänse. Das ist überbelichtet, oder? Nö, passt. Sieht nur auf dem Display so überbelichtet aus. Ich liebe dieses Lied. Und das auch. Heidi. Wusstet ihr, dass ich ein mega Fan von Michael Patrick Kelly bin? Ich liebe diesen Typen als Sänger. So krass. Ich liebe dem seine Stimme. Ich höre den so gerne Radio. Ich höre den so gerne so. Also meine Lieblingslieder sind auf jeden Fall von ihm. Heidi. Roundabouts. Dann Ebola. Also die ganzen Sachen, die zum Radio kommen. Und dann noch so Sachen, die jetzt nicht jeder kennt, wie Rua oder Shakeaway. Was noch? Golden Age. Ich liebe diese Lieder. Ich liebe diese Lieder. Und das Krasse ist, Michael Patrick Kelly ist in vier Monaten in Dresden zum Konzert. Und ich möchte so unbedingt Konzertkarten haben. Und ich bin gerade echt am überlegen, ob ich welche hole. Weil ich möchte den unbedingt mal live sehen. Unbedingt. Guckt mal, wie niedlich die eingerollt ist. Wie süß. Wie süß. Oh nein, auch noch geweckt. Das ist mein Baby. Ganz verpind. Ganz verpind. Ganz verpind. Das wäre interessant zu wissen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und guckt mal, da kommt die kleine Susi. Jetzt habe ich sie wachgeschmust. Jetzt will sie gleich weiterschmieden. Nicht? Kleine Susi. Ja. Du bist mein Baby. Hm. So, die hat es sich jetzt komplett bei mir bequem gemacht. Hätte ich sie mal nicht gestreichelt. Nein, Quatsch. Ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne den Däumchen da. Ihr wisst, den ganzen Abfang. Däumchen-Kommentar. Abonnieren ist kostenlos. Ich würde mich sehr freuen und unterstützen. Aktiviert das Glöckchen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, diese Woche geht es noch nach Babelsberg. Ich weiß aber noch nicht wann. Bleibt einfach dran. Dann verpasst ihr es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.